Die Landwirtschaft hat es jahrhundertelang geprägt, das Leben im Dorf. Den Alltag, die Traditionen, die Gebäude, die Wiesen und Felder. Um 1900 war etwa jeder zweite Berufstätige in Deutschland in der Landwirtschaft beschäftigt. 100 Jahre später war es nur noch etwa jeder 50. Das Projekt Landwirtschaft und ländliches Leben im heutigen Landkreis Diepholz untersucht, wie sich Arbeit und Leben verändert haben. Mit einer umfassenden Datenbank, einer Wanderausstellung, einer reich bebilderten Publikation und einem Film.